Konnichiwa, meine Hexer. Da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Witcher 3. Wir hatten ja in den letzten Parts die Sause des toten Mannes gemacht. Und das haben wir auch erfolgreich erledigt. Und das müssen wir jetzt dem Bruder berichten. Mal sehen, was er dazu sagt. Hast du keine Kinder, Geralt? Nichts. Oh, ja. Ich habe vergessen, welche sind sterile. Nun, nicht nur mich schreit, erzähl mir, was du bringst. Das erste Mal habe ich gesehen, einen Saber wie dieser. Was ist seine origine? Mein Medallion scheint zu denken, es magisch. Ja, fragen wir mal, wie dieser Prinze Monster geworden ist. Ja, das ist nicht. Also, für heute, anwenden Sie. Ein Medallion hat dir geholfen, nicht wahr? Ich gebe dir ein Hinweis. Du bist der einzige, die mit den Garten zu erreichen. Wie die Ophiri-Geräusche hat? Es war dein Garten? Nein. Es war meine Arbeit allein. Aber du bist richtig. Es war kein Ordinary Kurs. Ja, aber ich sage es nicht mehr. Eine Kurs, die ich in einem Moment der Rage getötet habe. Aber keine Gedanken, dass wir es eigentlich nicht behalten. Ja, toll. Der ist unsterblich. Der kann irgendwelche Leute in Monster verwandeln. Gegen den sollen wir bestimmt noch kämpfen irgendwann. Das habe ich so irgendwie, ja, im Verdacht. Ich glaube, dass er unser Feind noch werden wird. Also, Freunde sind wir jetzt auch nicht, aber okay. Ähm, interessante Gesellschaft pflegst du. Interessant? Wie so? Oh, okay. Oh, okay. More on that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Er, ja, danke, dass wir Spaß haben sollen. Deinen Scheiß zu machen. So, das hätten wir jetzt abgeschlossen. Gott sei Dank. Ups, was war das denn? So. Ich schaue mal kurz in die Quest hier. Sesam öffne dich. Das wäre jetzt das Nächste, was wir machen sollen. Ähm. Ähm. Warum ist das hier alles? Ich verstehe es nicht. Also, das mit den Quint ist klar. Da sträube ich mich immer, weil ich hier irgendwie noch gar nicht die ganzen Karten habe. Weil die haben da immer so eine Karten, da kann ich gar nicht mithalten mit den Punkten. Da fehlen mir einfach zu viele. Ähm. Ach, hier. Das mit der Statur, das war ja irgendwie voll der Bug. Das mit den 5000. Ja, da fehlt uns noch ein bisschen. Ach, verdammt nochmal. Ja, na dann. Ich glaube, dann mache ich das einfach weiter. Ups. Sorry. So. Wir sind ja gleich schon da. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Das Auktionshaus. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird jetzt. Ähm. Ich will mit den Eigentümer sprechen. Ja. 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 Dann sag mal den Host, wir wollen auch rein, ja? Ähm. Wir wären uns schon einig. Gonna let that hold you back? Come on. Afraid you're out of luck. Order 76 CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matt has little mate. Gold knows no boundaries. Watch all the fares, Corporal Václav. Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate. He weren't invited to the auction and I've... But I plough and have been and he's coming with me. In you go, Geralt. Ha ha. Pech gehabt, was? What? Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha, I thought not. No, stand to attention. Shut your gigi. Und die Türen öffnen sich automatisch. Oh, they're going to roll in back in the barracks. Shut it. Now, mat. Round you go. One, two, one, two. Man, sind die bekloppt. Ja, das ging ja eigentlich jetzt ziemlich einfach hier rein. Ich hoffe, wir kommen auch schnell wieder hier raus. Boah, was ist das denn? Achso, das waren unsere Schwerter. Man, das sah gerade so komisch aus. Ähm, was frag ich denn? Was wird eigentlich versteigert? What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of campuses by the master portraitists of the Maribor School. Van den U. And Longendink. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. He's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap him in paper and lock him in the vault. Why in the world do? What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? Okay. Ich will nur mit Horst reden. Der Horst. Okay. Okay. Darf ich jetzt gucken? Ich wollte mir das hier ansehen. Ziemlich großer Kelch. Vielleicht für einen Riesen. Ja, das könnte ziemlich wertvoll hier sein. Ja, was der Geralt alles weiß. So, hier ist irgendein Riesenschädel. Boah. Jotan? Was ist das denn? Okay, dieses Einhorn ist gruselig. Ach, Mann. Wem meinst du denn damit, Geralt? Meinst du etwa Yennefer? Ach, der war gut. Ein Fetisch, ja. Kann sein. Und dann verrotten. Ja, wir haben uns jetzt eigentlich hier alles angeschaut. Er geht hier lang, ich gehe hier lang. Tschüss. Mal gucken, ob hier irgendwie was gibt's. Okay, das war nur die andere Seite der Treppe. Hmm. Ja, dann quatschen wir mal hier mit den Leuten. Hallöschne. 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 Aber wir haben uns das Spiel? Nein, aber deine Geist ist unmistakbar. Deine Medallion. Geist, Gellant. Countess Minjol ist ein eminenter Veriminaika. Veriminaika? Was jetzt? All manner of objects related to the witcherly profession. Und woher das Interesse an Hexer-Gegenstände? Okay. Okay. Dr. Vivaldi. But apart from my Vedumaniaca, I also own a number of mirrors. Your most prized piece. What would it be? An armor element. An antique. School of the Wolf. From 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento. One of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge 5%. A modest, eh, transaction fee. Ähm. Sicher? Warum nicht? Ich werde doch nicht so viel Geld haben. Das ist doch bestimmt teuer. Ah. Ah. Wir können uns das hier holen. Ah. 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 Ah ah. 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 beziehungsweise er. Das ist aber unfair. Ach ja, dann verkaufe ich ein bisschen davon. Ich hab keine andere Wahl. So. Hm, hm, hm. Ich möchte sowas alles gerne haben. So. So. Does the Countess have her eye on anything particular today? No. But Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic. Master Geralt. I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier ausgenutzt. Ist okay. Machen wir. Ja. Garrett ist halt ein netter Bursche. Und er wird gerne ausgenutzt. So ein Mist aber auch. Was ist jetzt los? Oh. Ähm. Okay. Sie scheint ihn zu kennen. Ach du Scheiße. Wie nah standet ihr euch? Ich würde mich nicht wissen, wie ihr uns kennt. Oh, ich habe keine Ahnung. Nicht immer. Aber ich glaube, ich habe dir eine Erklärung. Es war der Winter von 1234. Ein Schleuch hat die Straßen von Oxenferd. Ein Flieder, glaube ich. Ein Kontrakt wurde eröffnet. Ein Notches wurde eröffnet. Und ein Wälder wurde eröffnet. Mesemir. Von der Schule des Wolfs. Er kam durch unsere Städte, um die Schleuchte zu eröffnet. Unsere Augen eröffnet. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night. Night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemur had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes. But also the end of our love. Father had an arrest warrant issued. Then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. Oh, sie hatte Glück, Alter. I have lived on memories. Sie hatte Glück, weil er früh starb. Was ist das denn? Okay, zwangsverheiratete, schön und gut, aber... Man sollte nicht sagen, dass es Glück ist, dass der andere schnell stirbt. Mann, Mann, Mann. Okay, ich muss hier jetzt leider die schlechten Nachrichten überbringen. Ich habe Angst, dass ich eine schlechte Nachrichten habe. Oh? Bitte sag mir, er hat er zumindest sterben wie ein Witcher? Nein, er hat er wie ein Hero. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich bedanke mich für dich, dass du eine Decrepit, Madwoman so elegantly toleriert bist. Bitte, nicht sagen Sie das. Ich bin alt und ich bin grüßig. Ich kann sagen, was ich bitte. Und jetzt, be so kind und leave mir zu meinen Gedanken. Die beide waren also verliebt ineinander. Oh, das ist ja mies. Okay. So, mit wem quatschen wir jetzt? Vielleicht hier mit diesem Kunstliebhaber? Ja. Jaramil, mag wir Trouble Year wees Spell? Mhm. Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia. Witcher. I thought you might have a blather with us. I boot the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, Ähm, ein bisschen? Oh shit, okay, der testet mich jetzt. Ähm, muss ich das wissen? Äh, ich hab keine Ahnung. Boah, ich hab keinen Plan. Die Schlachtszene? Äh, falsch. Und woher sollte ich das wissen? Vielleicht hätte ich mir die vorher mal angucken sollen. Scheiße! Ich hätte die mir vorher angucken sollen. Na toll. Das war mein erster Gedanke eigentlich. Darf ich nochmal? Shit! Ja, hab ich's ja voll versemmelt hier. Ja, okay, ich mach jetzt aber erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Da quatschen wir dann weiter und mal sehen was wir dann hier im Auktionshaus erfahren werden. Also schaltet wieder ein und bis dann! Bis dann! Bis dann!